Kennen Sie das auch? Sie nehmen freudig die Mütze ab und dann das. Oh, was wird denn hier so? Brennen, Juckreiß, Trouble Overshoot, ein klarer Fall von Mützenmuffekost. Wie unbehaglich! Mist, Mist, Mist! Kann man denn gar nicht tun? Doch, das kann man. Mit dem Anti-Müffel-Shampoo, das Shampoo der Stars, ein echter Game-Changer. Dann passiert Ihnen sowas hoffentlich nicht mehr. Ja, liebe Herren, auch die Mütze sollte natürlich regelmäßig und gründlich gereinigt werden. Unbeabsichtigtes Social Distancing und Gefühle der Unbehaglichkeit sind ein ganz typischer Nebeneffekt. Das ist oft sehr schmerzhaft für beide Seiten. Das bricht doch schon beim Zusehen das Herz. Das muss doch nicht sein. Dieses Produkt hat mein Leben verändert. Ich dachte, ich sei ganz alleine mit diesem Problem. Aber jetzt ist der Mief weg und es juckt auch nicht mehr. Endlich wieder Freude im Leben. Nur heute. Pay three, get two. Für nur 59,85. Zuzüglich Port und Versand. Call us now. Don't miss it. Wenn ich könnte, dann würde ich mich selbst vernaschen. Yeah. Worauf warten Sie noch? Bleiben Sie jetzt zum Hörer und machen Sie ein für allemal Schluss mit dem Mützen-Müffel-Kopf. Für allererische Reaktion, Eczema, Schwellung oder Kontakt mit den Augen übernehmen wir keinerlei Verantwortung. We're always on your side. Call us now.